Moin Leute, willkommen zurück zu Super Mario Bros 3. Wir versuchen Bumum den Hintern. Mit dem Mad Baron. Moin. Ich hab hier auf meinem Schreibtisch so ne Bürste von Augustus stehen und der guckt mich gerade böse an. Und der sagt zu mir, Mad Baron. Nee, nee, dieser Kaiser, nicht dieser Fette. Ah, ich dachte du meinst den von Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja, von dem hätte ich auch gerne ne Bürste. Den würde ich dann in meinen Kühlschrank stellen und der sagt dann, Mad Baron, wenn du hier nochmal ne Schokolade greifst, dann siehst du so aus wie ich. So ein Mahnmal. Ah, komm schon. Die Geisel der Menschheit. Das Schokoladenkind. So, jetzt springen, 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 du kleiner Fetter. Kleiner, dicker Wicht. Das hat er mir übel genommen. Da hat man so einen Ausfallsprung gemacht. Der will nicht, dass wir gewinnen. Ah, nein. Ohne Feder ist das so kacke hier. Weitere Schaumstofffinger wieder weg. Halt die Schnauze oder mach besser. Oder mal die grünen, können wir auch mal. Komm, mach's jetzt. Soll ich ihn nennen? Die letzte Feder. Willst du die echt nutzen? Na gut. Heb die Powerfeder auf jeden Fall auch. Sei so gut. Wofür denn jetzt? Na gut, Fehler ist Fehler, ne? Eigentlich. Nicht, dass wir so eine Powerfeder nur benutzen, um ein Bär zu werden. Ja, warum nicht? Hab ich auch schon mal gemacht. Aber nur, weil diese dumme Röhre uns... Ja, unfreiwillig, ne? ...oder mir das versaut hat. Für was gibt's hier eine Feuerblume? Das ist so unnötig. Unnötige Feuerblume ist unnötig. Bruga, ich will diesen Sprung nicht machen. Irgendwann musst du, Maddy. Irgendwann musst du. Ich will diesen Sprung nicht... Nein, Bruga. Wir reden jetzt miteinander. Bruga. Mach jetzt. Nein. Wir haben nur noch... Wir haben nur noch... Ah! Na gut, nicht fünf Minuten, aber du brauchst viel länger. Komm, nochmal. Noch ein Brock. Jetzt, geh rauf, geh rauf. Geh doch rauf. Nein, ich bin vorsichtig. Hättest du locker geschafft. Bruga, ich bin vorsichtig. Mep, 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 mep. Komm, flieg. Irgendwie bin ich überhaupt nicht vorsichtig. Kann das sein? Flieg, flieg, flieg. Nö. So. Komm. Flieg, flieg, flieg. Es ist so schwer ohne Blatt. Man glaubt es nicht. Ich glaube, ihr glaubt es nicht, aber es ist schwer. Ohne Blatt ist wirklich hammer schwer. Nee. Pff. Ja, da hat noch ein bisschen was gefehlt, Bruga. Es tut mir leid. Los. Ach. Was hättest du eigentlich geschafft noch? Ja, ich frag mich, wann... Nein! 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 Ich sag ja, diese Förderbänder, die machen einen kaputt. Nein, diese dämlichen... Bruga. Ja, noch mal was für die Spoofs oder wie heißt es? Die Outtakes. Kann ja jemand sich die Arbeit machen, alle Fails hier zusammenzuschneiden. Ja, dann ist... Das war Party. Aber ich sag's dir. Verdient. Ja. Verdient. Das sind dann die letzten Tage von Salem. Mhm. Salem muss brennen, Junge. Ist das nicht der Kater da von Sabrina? Salem? Ja. Guckst du nicht die letzten Tage von Salem? Nee. Okay. Es muss eben auch mal was geben, was ich nicht kenne, Bruga. Das ist deine Generation. Salem muss brennen! Mario muss brennen! Warum sterbe ich da instant? Ja gut, es ist Lava, aber... Auf jedem scheiß Manscher krieg ich nur... Vor allem, man kann nicht springen. Das ist genauso was, wie wir es schon mal hatten. Mach es nicht. Habe ich nicht einen Stern oder so? Ich meine so einen Pilz oder... Der Dein? Oder eine Banane? Vielleicht bist du ja schon in Reihe 2 und hast es noch nicht gemerkt. Vielleicht hast du noch was in der ersten. Guck doch mal. So, Pilz. Nein, 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 glaube ich nicht. Ey, es ist so lächerlich. Ohne Scheiß wirklich da dieser verdammte Wump. Bruga, jetzt will ich da noch viel weniger. Ja. Jetzt springen, wenn es genau unten ist, springen. Genau, jetzt drüber springen und... Jawohl. Den Cooper... Der hat schon an meine Mütze geknabbert, der Mann. So, jetzt. Schön. Schönes Ding. Das mit diesen Förderbändern ist so... Das ist so ranzig, ja. So ranzig, wenn du kein Bären bist... Bären hast, dann ist... Das 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 ist... Du... Vor allem, du sprintest voll gegen an, dann machst du so einen kleinen Hoppser und machst halt voll den Riesensatz, ne? Man kann es nicht... Nee. Einschätzen einfach. Das geht nicht. Machen wir jetzt den ganzen Tag mehr die... Ja. Förderbändern. Ja. Immer voll gegen den Strom. Bis es klappt. Schön. Wie bei Incredible Machine damals, wo man so Bowlingkugeln draufgesetzt hat, um irgendwelche Kerzen zu bewerfen. Das fand ich cool. Das war ein mega geil, das Spiel. Das hab ich so gerne gezockt. Oh, jetzt springt er halt nicht. Spring doch, du... Ja, das Problem ist zu... Schittysäck. Rauf mit dir! Du kleiner Schittysäck. Das war wieder knapp. Ach, toll. Und jetzt? Ja, und jetzt. Da oben war, glaube ich, ein Power-Abtrennen. Das ist wie YouTube. Du musst gut sein, um gut zu sein. Ja. Oder du musst schlecht sein. Dann kriegst du auch die schlechten... Deiner Moppelsockel. Ey, guck mal, wie soll ich denn Sprung schaffen? Spring mal hier in der Mitte. Hä? Watt? Ne, mach Versuch nochmal. Du wirst es wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Ja, deine Fähigkeiten in allen Ehren, aber das klappt nicht. Doch. Ach, doch. Du musst es durchziehen. Ich wollte immer abbremsen, dass ich nicht... Ich hätte jetzt gedacht, da wäre irgendwie so ein Invisible-Coin-Block in der Mitte. Ne. Wie schade, dass man keinen Dings machen kann hier. Ich habe die Blume am Pfeif drauf. Keinen Stampfer. Ja. Oder so einen Drehsprung. Weißt du, dass du von oben Blöcke zerstören kannst? Das wäre so gut einfach. Ja, aber dafür ist das Spiel nicht ausgelegt. Das ist ja... Weil was fehlt, ist das ja schwer. Ja. Hat nicht viele Komfort-Elemente, was die Steuerung angeht. Aber egal, kriegst trotzdem den Biber. Ich bin der Biber-Butter, Mann. Zieh mir andere Sachen an. Der Bär im blauen Haus. Ach, komm schon. Er rötelt sich und schüttelt sich. Wie ging das noch? Das ist so fesier mit dem Timing, ne? Das ist so lächerlich doof. Okay. Ich bin der Biber-Butter, Mann. So, jetzt kommt der Wump, ne? Ne. Ne, der ist... Was kommt denn jetzt noch mal? Muss ich durch die Tür oder was? Ich weiß es nicht. Du kannst aber mit deinem Schwänzke... Ach, da durch. Warte mal, Brugger. Hau dich mal da durch. Ja. Hau dich mal da rechts durch. Hau mal einen raus hier. Der Schwänzke, Mann. Was ist da eigentlich drin in diesem Teil? Orten ist die Tür. Warte mal. Ich mach jetzt langsam. Da kommen jetzt die komischen Drehdinger. Ja. Weichet, ihr Dämonen. So, blöder Geist. Aus der App. Geht da weg. Geht da weg. So. Aber hier einen Bären zu haben ist super. Brugger. Was? Bei mir war so okay. Ja, bei mir nicht. Vielleicht durch den Leck oder so. So. Oh, jetzt verprügelt diesen Mann. Hä? Achso, das war toll. Muss ich warten. Stell mal vor, dass wir jetzt nicht angehen. Ey, das wär so mies, ne? Das wär mega mies. So, Schweigebär. Jetzt gib ihm. Ja, hallo dich. Gib ihm. Ja. So. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Oh. Ey, meine Finger sind eiskalt, ne? Gibt das kein Item oder sowas? Oder ein Bier? Ne. Och nö, du hast ja auch schon wieder dein letztes. Weißt du was? Ich würd sagen, zum Wohle des Let's Plays, setzt man die Regel außer Kraft, dass wir jeden Level spielen müssen. Zumindest in der letzten Welt. Was hältst du denn davon? Ich bin dafür. Also wenn du jetzt Game Over gehst, nehmen wir die Röhren, um abzukürzen. Okay, Bruder. Mach das so. Das ist ein Plan, oder? Das ist ein Plan. Oh Gott. Powerflügel, Maddy. Ich will jetzt aber mal wissen? Ne. Powerflügel. Scheiß drauf. Ich will wissen, wo es hier sonst noch lang geht. Wahrscheinlich kommen da wirklich nur... Ne, lass ich's doch lieber. Doch. Wir kommen nur fallen. It's a trap. Ich werde hier nicht in so eine Röhre irgendeine Falle packen. Ich glaube... Ich glaube, General Akbar, der sagt auch... It's a trap. It's a trap. Ach, hier sind wir. Okay. Achso, ja gut, okay. Ja, dann kann man shortcutten. Das ist schön. Maddy? Ja. Ich würde sagen, wir schaffen es, diese Folge. Das wird episch. Diese Folge? Wie lange geht denn die Folge noch? Zehn Minuten? Das schauen wir nicht. Wir heben uns das letzte Schloss für den letzten Part auf. Wie geht jetzt schon zehn Minuten, oder? Die Folge. Also fünf Minuten hätten wir noch. Ja, in fünf Minuten fliege ich eben rüber. Könnt euch gehack legen mit eurem Panzer. Ah, nicht diese blöden Scrolling-Käse. Der eine war okay, weil's schnell war. Da warst du wenigstens schnell durch, ne? La, 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 la. Meine größte Angst bei sowas ist ja, einfach aus dem Bildschirm rauszufliegen und dann plupp. Stell mir jetzt vor, wie Luigi so eine Sprechblase in meinem Kopf hat, mit Comic Sans, und da steht Swag. Ja, so fühlt er sich gerade auch. Swag. Ich bin der König der Welt. Wo ist mein Gucci-Bandana? Oh, Mann. Was hätten da alles gewartet, ne? Das geht eigentlich außer diese Viecher. Also stell dir mal vor, das mit Blume ist definitiv aushaltbar. Ja, hätte so Pogo spielen können die ganze Zeit über die Köpfe von den Viechern. Blub, 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 blub. Ja, das ging auch noch mit den Kanonen. Hatten wir schon Schlimmeres. Okay, wenn jetzt da wieder Lilane kommen würden, die wo da so rumhoppeln da und explodieren, das wäre fies. Die sind echt übel. Ja, die da zum Beispiel, meine ich ja. Ich fliege jetzt mal ein bisschen nach. Boah, nicht, dass du von so einer Kugel getroffen wirst. Nee, Bruder, ich habe das schon ein bisschen im Gefühl gerade. Ja, bist du ganz rechts am Ende, oder was? Ja, je nachdem, wo die hinschießen. Ach so. Oh, da ist das Ende, komm. Bum, bum, bum. Wo komme ich raus? Ah, sehr gut. Den ganzen Sitz kaputt fliegen. Na toll. Moin! Also, die ersten zwei Level waren so schwer und jetzt geht's auf einmal wunderbar erst. Moin! Ich kann auch fliegen. Moin! Was ist mit dir los, Kerle? Ja, Mann! Da hat er sich auch anders vorgestellt. Okay. Langsam hat er das Piepen aber auch genervt, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe es immer noch im Ohr. Voll eklig. Wir sind die Chipmunks. Mario Luigi. Theodore! Typ! 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 Sieht's gerade aus, irgendwie. Oh, sollen wir? Soll ich? Soll es jetzt oder nächster Part? Ich weiß nicht, wie haben wir denn? Also, laut meiner Ruhe... Das ist viel zu viel. Bruder, das können wir unseren Zuschauern nicht zumuten. Dass wir jetzt noch einen Part da raushauen, oder was? Nein, das jetzt noch zu machen. Achso, da kommt noch mal Pause. Ja, Leute, Pech. Ja, Leute, pech. Nächste Mal. Morgen noch der Nächste. Nächste Mal. Finale! Grand Final. Wir nehmen diese Pilze da und dann verprügeln wir das Schloss. Oh, no, no, alles wegfressen. Ich habe auch gar nichts mehr. Ja, gut, ein Blatt. Blatt hätte ich noch. Blatt und... Nee, wir nehmen einfach jeder einen Hammer und dann weg damit. Also, Bruga ist jetzt voll aufgesattelt. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Super Mario Bros. 3. Ich freue mich drauf. Und dann drehen wir hier mal richtig den Swag auf. Hallo, holt schon mal die Schaumstofffinger. Ne, ihr habt ja zwei Hände. Ihr müsst ja nebenbei nicht essen. Eine Hand in die Hose, eine Hand in den Schaum. Ja, ich wollte schon sagen, so anregend ist das Let's Play auch nicht. Genau. Packe mal's, bis dann. Wolltest du nicht noch Tschüss sagen? Ja, doch. Tschüss. Das ist... Das ist... Vielen Dank.